Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Klembaustein-Lady und heute zeige ich euch die Pizzeria der Firma Blocky aus deren Serie My Girls. Wir haben 264 Teile, liegt bei etwa 25 Euro ab sechs Jahren. Das schauen wir natürlich nachher uns genauer an. Ach Leute, wisst ihr, da kriegt man richtig Lust auf Urlaub hier mit der Vespa und dem schiefen Turm von Pisa. Richtig cool. Deswegen schnell zur Seite, ab in die Anleitung schauen. Einmal für euch. Alles das, was wir bauen ist bunt und mit Punkten und Pfeilen angezeigt wohin. Der Rest ist eingegraut. Da behält man den Überblick. Wir haben insgesamt 36 Bauschritte, dann sind wir fertig. Wie immer auch hier zu wissen, Blocky ist kompatibel mit anderen Klembaustein- Herstellern wie Lego oder anderen. Und dann haben wir typisch für Blocky eine zweite Anleitung dabei für die Aufkleber, was wohin kommt. Denn Blocky hat keine Prints, sondern alles Aufkleber. So, ich lege es mir hier bereit und fange jetzt an zu bauen. Bis gleich! Und so schaut die Pizzeria aus, wenn wir die 264 Teile zusammengebaut haben. Wir haben ein kleines Haus, zeige ich euch gleich detaillierter. Wir haben vorne den Motorroller, wo die liebe Tina gerade auf dem Weg hin ist. Hinten drin hat sie schon die Pizza für die Bestellung liegen. Ich zeige euch das alles noch mal näher. Also, das ist das gute Fahrzeug von nah. Hier hinten auch mit einem Korb. Alles natürlich Aufkleber, aber die haben wir ja auf der Anleitung stehen, was wohin gehört. Hier die beiden Pizzakartons. Die kommen da wieder oben rein. So, stellen wir mal mitten auf die Straße. Das ist natürlich wieder so eine Idee von mir. Ihr könnt die Pizzeria in eurer Stadt einbearbeiten. Schaut auch ganz schön aus, aber jetzt schieben wir die Straße einmal zur Seite und holen uns das kleine Häuschen nach vorne. So, vorne links eine Menükarte. Es gibt Peperoni, Margarita, Capricciosa und Marinara. Ähm, naja, so ein bisschen nicht typisch italienisch. Die holländischen Tulpen vorne vorm Fenster. Eine Parkbank. Hier oben seht ihr die Kim, die auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz ist und ganz besonders, also das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, diese, ja, Fliesen hier, nenne ich sie mal, haben Holzröffelung. Also, die sind so schon gemacht. Da ist nichts aufgeklebt oder so. Finde ich sehr cool. Hier vorne die Tür, da kann man noch richtig gut positiv erwähnen. Die war extra eingepackt in so einer kleinen Plastiktüte. Deswegen, die ist komplett ohne Kratzer. Finde ich sehr gut. So, und dann schauen wir uns das gute Stück doch mal dann von hinten an. So, da finden wir nämlich die Lara. Das ist nämlich Laras Kitchen, diese Pizzeria, die dort am Pizzaofen steht. Da kann man sogar reinschauen. Ein kleines Manko. Ja, klar, es sind Klemmbausteine, aber naja, die Pizza, die Pizzaschaufel ist eine normale Schaufel, wie wir sie überall kennen. Aber naja, gut, ist ja auch jedem seine Kreativität gegeben. Hier hinten mit einem kleinen Waschbereich, einem Waschbecken mit Haaren, die Spülmaschine. Auf der Kasse haben wir einen Aufkleber drauf. Da sieht man gerade, dass der Tisch 2 eine Rechnung von 100, ne, von 18 Dollar hat. Puh, Glück gehabt. Ich habe schon überlegt, wie viele Leute da denn gegessen haben. Hier unten ein Sitzplatz für den Single. Dann können wir hier die Treppe hochgehen durch den Torbogen und kommen auf die Terrasse. Denn, naja, Italien haben wir ja eigentlich meistens doch gutes Wetter, um draußen zu sitzen. Rundum ein schönes, bespielbares Set. Klemmkraft, da müssen Mama und Papa wohl ab und zu mal ein bisschen nachhelfen. Also wieder Spaß für die ganze Familie. Es sieht wirklich knuffig aus. Es hat nette Ideen dabei. Also, ja, für eine kleine Ecke, wo man so ein kleines Pizzeriechen mal eben einbauen will. Wirklich schön gemacht. Mit drei Figuren. Wir holen die Tina jetzt auch nochmal dazu. Wuh, naja, das Moped will leider nicht ganz so standfest sein. Aber ansonsten nicht viel zu bemängeln. Ein schönes Spielset für klein und groß, für Mädchen und Jungen. Also, dem Ding wäre ein Fahrradständer ganz sinnvoll. Aber, naja, nicht jeder schiebt es so oft durch die Gegend. Mir bleibt nur zu sagen, hat Spaß gemacht. Die 25 Euro, was es so in etwa kostet, lohnen sich auf jeden Fall. Man kann schön spielen, dass Pizza gebacken wird, dass man sie isst. Also, wirklich gut gemacht. Was haltet ihr davon? Würde sowas bei euch in der Stadt, in der City landen oder eher weniger? Was haltet ihr von den Farben? Also, ich finde es ganz ansprechend. Ich mag es. Ich glaube, da wiederhole ich mich schon. Ich mag es, dass es nicht dieses typische Lego Friends rosa-lila, sondern wirklich natürliche Farben hat, finde ich. Und das finde ich, also das ist für mich ein riesengroßer Pluspunkt. Ja, mir bleibt nichts anderes zu über, um zu sagen, lasst euch den Spaß am Klemmen nicht nehmen, denn es ist euer Hobby. Euch noch weiterhin einen schönen Tag. Ob ihr es jetzt morgens, abends, mittags schaut, weiß ich ja leider nicht. Was haltet ihr von den Blocky-Sets? Das ist ja jetzt das Zweite, was ich vorstelle. Eine Alternative für euch? Einen schönen Tag euch noch. Haltet Abstand, haltet euch an die Regeln und bleibt bitte gesund. Bis dann, eure Klemmbaustein-Lady. Tschüssi! Haltet Abstand, haltet euch an die Regeln. Tschüssi! Vielen Dank.